mein und herzlich willkommen zu einem neuen projekt second font von micropose das ist der publisher entwickler war hext war ein taktisches ww2 spiel bei dem man sich nicht von der grafik die auf den ersten blick recht etwas einfach wirkt irritieren lassen sollte das spiel hatte schon in sich bis man alle regeln halb sich verstanden hat erscheinungsdatum ist der 31 januar und ich habe das jetzt sogar schon zwei wochen früher gekriegt und darf auch alles zeigen was ich schon mal ganz nett finde wie man sieht es ist alles auf englisch unter den optionen gibt es zwar hier den wird als einstellung aber in der vorab version ist es nur drin diese sprache drin laut steam soll es aber auch auf deutsch verfügbar sein weswegen ich davon ausgehe hat nur die vorab version hier gerade auf englisch ist sind wesentlich besteht das daraus dass man szenarien gegen die ki spielen kann kampagnen gegen die bei oder auch eigene sachen theoretisch erstellen könnte und direkter mehr spieler ist bisher aber nicht enthalten und ich würde sagen wir gehen einfach mal rein dann kann man denke ich mit am meisten darüber lernen ich genau drei häuser ein szenario mit den deutschen wir sehen hier die karte wir sehen die beteiligten einheiten einiges von uns kommt im weiteren verlauf erst als verstärkung hinzu noch mal eben die beschreibung groß wir sind also ja in frankreich und greift mit deutschen fallschirmjägern man kann ja noch eine jede menge weitere szenarien freischalten wenn man eben ein paar gewonnen hat man kann auch kampagnen spielen bzw die muss man auch erst mal freischalten wenn man ein paar szenarien gewonnen hat also noch mal tutorials für infanteristen und für fahrzeuge aber gehen wir einfach mal rein ja man denke ich mir am meisten eine kurze missionsbeschreibung das hier waren auch noch hinweise ob eine seite irgendwie munitionsmangel hat oder sehr viel munition das ist ausgeglichen auch beim grünen das war ich bin mir nicht mehr ganz sicher aber auch auch wie viel oral die einheiten haben wie viel stärke so was in die richtung so ungefähr jetzt denke ich ausgesprochen 5 juli 1944 da haben wir die karte wir sehen die drei häuser markiert mit dem sternchen das sind die siegziele und die zahl darunter gibt glaube ich an wieviel siegpunkte man doch kriegt das problem ist dass nicht eroberte siegziele pro runde um zehn runter ticken und wenn irgendein siegziel 0 erreicht hat man verloren das heißt das ist auch gleichzeitig noch ein anmaßeinheit wieviel runden zeit man hat das zu erobern was sehen wir erstmal hier nochmal missionsname datum hier noch ein paar anzeigen hier gerade die phasen also es gibt unsere bewegungs und feuerphase wo man sich halt bewegen und schießen darf dann gibt es eine gegnerische phase wo man nur wo der nur schießen darf zurückzugsphase für alle einheiten die gebrochen sind versuchen sich ein bisschen abzusetzen eine advance phase wo man nochmal ein einziges feld vorlaufen darf mit infanteristen was man dann häufig braucht um zum beispiel in häusern in nahkämpfe zu gehen und die werden danach auch abgehandelt die nahkampfphase dann gibt es noch eine erholungsphase und dann wird getauscht das heißt dann hat der gegner eine bewegungs und feuerphase dann darf man selbst einmal schießen und das alles andere auch wieder sehen hier beide beteiligte fraktionen temperatur kann auch einfluss haben ist gerade nicht so wichtig hier bei dem haus und sich ein bisschen die höhen level anzeigen lassen wie man sieht bei den häusern wenn man da ein bisschen rein gucken möchte kann man das von hier aus machen Sichtlinie kann man sich hier auch anzeigen lassen das ist auch ein sehr sehr wichtiges feature wer von wo wie wen sehen kann und immer noch aufgeben hier kommt man noch mal in der hilfe rein mit allen möglichen hinweisen ich beschreibung beschreibung und auf escape hat man auch noch mal ein menü wo man im zweifel auch das handbuch zugreifen kann gibt es bisher auch nur auf englisch ob das noch übersetzt wird gute frage aber die spielüberfläche soll zumindest laut der anzeige in steam erscheinen auch auf deutsch sein das ist der hinweis wo verstärkungseinheiten erscheinen wir hatten das ja und da sind glaube ich zu fünf und sechs noch einheiten erscheinen für die amerikaner werden auch noch einheiten erscheinen was haben wir hier in einheit nicht drehen mal ein bisschen das war die falsche richtung aber wir haben ein paar infanterie einheiten und hier noch einen anführer zu erkennen an dem sternchen wie gesagt von der grafik sollte man sich jetzt nicht zu sehr irritieren lassen dass es zu einfach wirkt die grafik ist sagen wir mal einfach und funktional gehalten aber das spiel bis man das wirklich kann dauert es wirklich schon eine weile bis man alles vernünftig drauf hat ich stecke mal gerade ein bisschen weil ein anführer verstärkt die einheiten die auf seinem feld sind gibt verschiedene boni und diese fragezeichen über unseren einheiten heißt übrigens dass die noch in gewisser weise ein bisschen getarnt sind also der gegner wird wahrscheinlich schon wissen dass sie hier auf dem feld sind so wie wir die hier auch sind mit ihren fragezeichen aber die wurden quasi noch nicht hundertprozentig aufgeklärt und das ist gut wenn man sich feindlichen stellung annähern will wenn man dann insgesamt weniger schaden erleidet gemeinhin verliert man das wenn man offen vor gegnern aufmarschiert oder selber schießt oder so dann können dann haben die einen so richtig gesehen und können auch zurückschießen daneben gibt es auch wirklich komplett getarnte einheiten die man nicht sehen kann aber ich glaube in diesem anfangsszenario wir das jetzt gar nicht und die hellen felder die man hier sieht das sind halt alle hier die unsere einheiten sehen wenn man jemanden anwählt dann sieht man auch was die einheit denn gerade wirklich auch tatsächlich sieht an feldern und wir sollten uns jetzt erstmal dem haus da drüben annähern und nach möglichkeit wenn man sich an feinde annähert nicht über offenes feld laufen das setzt das spiel auch schon ganz schön um sondern immer versuchen über deckung anzugehen und im zweifel zu kriechen ist zwar langsam aber da ist es sehr viel wahrscheinlicher dass man nicht getroffen wird von gegnerischen angriffen denn ja würde ich sagen natürlich uns nochmal angucken ihr seid unten dass wir theoretisch gehen würdet bis in den wald da ja noch so eine sonderregel ist wenn eine einheit in der sichtlinie einer gegnerischen einheit auftaucht wird die meistens mindestens einmal schießen können unter bestimmten voraussetzungen darf eine gegnerische einheit auch auf mehrere eigene einheiten schießen aber das ist halt das wenn man einfach auf offenes gelände anrennt dann wird man häufig einfach platt geschossen man muss sich schon gedanken machen wie man denn an den gegner herankommt und ihr habt jetzt nicht mehr so viel bewegungsreichweite und weil ihr als trupp zusammengefügt wurde die von der seite und so gekommen sind und durch den wald das sowieso langsamer ist sagen ihr lauft dann hier hin die gegnerische sicht ist noch geblockt hier durch die bäume und du bist mal da mit ran ein bisschen vorsichtig das ist eine feuerphase aber der sieht uns nicht aufgrund des waldes zurückzunehmen holt sich auch keiner jetzt noch unsere annäherungsphase wo man noch ein feld ran darf jetzt sind wir theoretisch in der sichtlinie aber wir sind hier in der deckung im wald und auch in der annäherungsphase da wird nicht geschossen nur in den phasen davor das heißt da kann man sich jetzt auch recht gefahrlos noch hell daran bewegen und auch vom stacken her so wie die stehen man kann auf einem feld maximal drei infanterie trupps zwei anführer und ein fahrzeug platzieren wenn ich es noch richtig im kopf habe deswegen der kann nicht noch in beim anführer hier mit rein ein bisschen für sich laufen nahkampfhase aber nicht natürlich das problem müssen aus dem wald raus wir könnten natürlich auch von hier auf die schießen die trefferwahrscheinlichkeit ist allerdings überschaubar er versucht zu schießen also hat dann auch geschossen hier in seiner feuerphase es hat auch funktioniert man hat gesehen hier da ging so einheitensymbole mit einer faust nach oben das heißt das heißt der schuss von denen hat getroffen und ein moral test verursacht aber die infanterie hat den moral test bestanden und dann gibt es noch alle möglichen weiteren ausgänge also natürlich auch verfehlt aber ansonsten dass die infanterie gebrochen ist und wegrennt oder dass auch einheiten sterben oder verwundet werden kann alles passieren wie wir sehen die haben ihre fragezeichen verloren das heißt wir können die auf jeden fall jetzt leichter treffen aber weil unsere einheit getroffen wurde hat jetzt auch ihre fragezeichen verloren also die gegnerische trefferquote dürfte eigentlich sehr sehr gering gewesen sein wenn man hier noch mit dem fragezeichen im wald ist hätte natürlich theoretisch rein kriechen können das hätte vielleicht auch noch was gebracht aber im prinzip wir haben nicht so die besten trefferquoten aber wenn wir eh enttarnt sind kann man auch schießen so interpretiere ich zumindest das spiel bisher also glaube ich der anführer und das sind unsere einheiten beide so mit dem drittel chance dass die gegner ja panisch werden und ein paar prozente noch auf andere sachen dass die leicht panisch werden also wir hauen einfach mal drauf fehlen aber leider den schuss so du schließt noch nicht du hast ja noch deine tarnung das war jetzt unsere feuerphase im gegnerischen zug da können wir jetzt einfach mal weitermachen wenn es der gegnerische zug durch ist müsste das eigentlich auf 50 runter ticken genau ein zug vorbei ist halt auch quasi der timer bis wann man ein ziel erobert haben muss das war jetzt gerade die sichtlinie nach meinen leuchtenden feldern ich habe noch nicht ganz raus wenn man sich das von hier oben holt drauf klickt oder f drückt sich das so anzeigen lassen und manchmal kriegt man dann hier auch den hinweis also du hat der punkt wenn du da raus gehst und offen auf die straße dann wirst du ziemlich sicher nieder geschossen deswegen kann man hier auch kriechen natürlich wieder getroffen oder hätte man offen ich bin mir nicht ganz sicher ob gar straße womöglich noch schlechtere deckung ist als einfach nur offenes feld aber das jetzt auch schon sein fragezeichen raus hat ist irgendwie alles nicht ganz im sinne aber zumindest weil er noch gekochen ist wird auch ein bisschen schlechter getroffen aber kannst jetzt im prinzip auch schießen seine werte sind zwar schlecht aber fragezeichen ist ja draußen eigentlich hätte man hier dann im grasland lieber dann kriechen sollen ihr könnt hier auch ran aber lieber noch weiter kriechen damit kommt man nur ein feld voran in der eigenen bewegungsphase nachher in der annäherungsphase kriegt man dann noch ein feld aber die wahrscheinlichkeit getroffen zu werden ist halt reduziert reduziert aber jetzt trotzdem einen vollen treffer kassiert also was haben wir hier der eine ist gepinnt das heißt er darf sich nicht bewegen die anderen sind alle gebrochen das heißt sie werden versuchen weg zu laufen und wir müssen gucken dass die sich wieder sammeln und die können dann jetzt halt auch nichts mehr machen nahrungsphase du darfst mal dahin kriechen diese hecken müssten und dann gehen diese Hecken müssten als leichte Deckung gelten so die Tests ob sie sich sammeln war eigentlich also ich glaube wenn ihr es geschafft hätte hätten sie es glaube ich komplett gesammelt aber sie haben zumindest ein rotes Ausrufezeichen weniger das ist schon gut du bist weiter unterdrückt Feuerphase überhaupt keine Trefferquote dann musst du auch nicht schießen okay ihr habt euch wieder gesammelt also versuchen wir das nochmal nehmen wir mal an entweder war das Pech oder ich habe noch irgendeinen Fehler gemacht ich habe bisher auch nur die Tutorials lose durchgespielt und das Handbuch ein bisschen angeguckt also wartet noch dass es nicht optimal läuft du hast halt weiterhin keine großen Chancen da drüben wird es aber versuchen dich auf den Nahkampfreich weiter ran zu arbeiten ja probe bestanden müsste es hier halt auch ein bisschen Deckung sein hast da drüben aber auch schon verloren verfehlt verfehlt darum fand ich gehofft wir würden ihr höchstwahrscheinlich auch verfehlen so und ihr die euch hier wieder gesammelt habt äh ja theoretisch kann eigentlich nur jede Einheit meine ich einmal schießen außer unter irgendwelchen Sonderbedingungen weswegen ich doch geneigt bin euch hier mal so hinzustellen genau und dran hier steht so ein bisschen Entdeckung hinter der Hecke aber fehlt aber die Quote war ja auch schlecht man hat es gesehen so so eine Ernährungsphase wir könnten uns jetzt in das Haus reinbegeben annähernd allerdings ähm 17% dass man einen Hinterhalt haben beide also ist ausgeglichen aber dann im Nahkampf hat der Gegner eine 72%ige Siegchance wenn ich das richtig sehe es heißt das wäre jetzt nicht unbedingt das Beste könnte sein dass unsere Einheit dabei drauf geht kann sich mit euch annähern jetzt seid ihr da halt auch irgendwie ganz offen das ist nicht so das wahre oder ihr geht hinter die Hecke zurück die dürfte zumindest leichte Deckung sein wir versuchen demnächst den Trupp da in den Nahkampf zu kriegen der sollte eine bessere Chance haben ein Pint also nicht bewegen unsere Feuerphase auszutreffen ist halt jetzt sie gepinnt sind die da eigentlich heilen sollen die Gegner auch gepinnt wir nähern uns einfach alle an zur nächsten Phase aber also langsam müsste man das Haus erobern weil wir dann ja auch zum nächsten Haus noch müssen ihr habt euch alle wieder und dann mal aber schön kriechend wenn ihr den Schuss fangt genau das hier ist der andere okay das ist nicht der hat den voll erwischt aber dafür kann nicht mehr auf den geschossen werden du hast sogar halbwegs Trefferchancen fehlt aber fehlt ja und weg ich habe eine Übungsrunde vorher eingelegt mit dem Szenario jetzt ohne es zu Ende zu spielen aber so das erste und noch ein bisschen im zweiten Haus geguckt da hatte ich als ich das erste Mal drauf geschossen habe die gleich in die Flucht geschlagen und das Haus sofort eingenommen deswegen muss ich hier noch ein bisschen gucken aber jetzt kommen wir hier rein jetzt haben wir eine deutlich bessere Siegchance gleich ja und ihr könnt die eigentlich noch unterstützen und dann nehmen wir hier hoffentlich das Haus ein 95% wird jetzt abgehandelt und jetzt muss man ein bisschen gucken wie hier die Ergebnisse ausfallen konnten glaube ich sogar einen Ambush machen also einen Hinterhalt die gegnerischen Einheiten wurden besiegt und wir haben die Position eingenommen ich hoffe der sammelt sich da unten noch also ist ja auch gegnerischer Zug jetzt wir haben wieder den halbgetanen Zustand und zielen oder so wie das auf Engl geschießt ich weiß es gerade nicht mehr ich glaube weil wir alle Gegner im Umkreis besiegt haben oder so irgendwie in die Richtung wird es sein wir haben niemanden zum feuern da noch ein paar Züge da noch ein paar Züge also gut ich meine wir bekommen hier noch Verstärkungen die soll uns dann auch mal ein bisschen helfen er hat seine Probe nicht geschafft und da ist die Verstärkung auch noch getarnt und die haben hier ein leichtes Maschinengewehr dabei also ein bisschen mehr Feuerkraft ich denke mal ihr rennt erstmal einfach nach vorne ein Gegner sollte es ja möglich sein zu rennen so und ihr seid jetzt auch alle zu dritt in einem Trupp ich wollte euch nicht absehen äh die Sicht jawohl Wald blockiert ich meine also wir könnten problemlos irgendwie da schon mal hinrennen darauf auch wie nährt man sich von hier am besten an hier durch den Wald und hier hinter die Mauern Deckung und dann vorsichtig auf das Haus zu wenn es sagen ja wenn sie euch sehen nee ihr geht mal da hin oben hin dürfen euch ja die sehen euch auch nicht du sammelst dich hoffentlich und besetzt dann das Haus sonst gibt hier immer noch den Hinweis das gehe ähm nee der Computer wird versuchen Big Punkte zurückerobern bis eine Infanterie mindestens anderthalb mal so stark ist achso wir haben gerade 2,3 mal so stark die Infanterie aber geht trotzdem in das Haus irgendwie wäre es mir lieb wenn du dich gesammelt hast wärst mir ganz lieb wenn da doch einer aufpasst natürlich hier achso ach doch ne die haben einen Anführer drin sorgt unter anderem dafür dass man halt bei allen Proben besser abschneidet und dass man zum Beispiel auch 2 Felder weiter laufen kann mit allen Einheiten die am Anfang der Runde beim Anführer dabei sind und ihre Bewegung komplett mit dem Anführer durchführen man kann auch bei den Einheiten ich habe es jetzt noch nicht gemacht aber die auch ja auch auseinander bauen zum Beispiel wenn man denn möchte so ja jetzt hier rein ich meine wir sind getarnt in einen Wald das müsste eigentlich funktionieren also es kann sein dass der Gegner uns trifft aber seine Quote ist schlecht wobei hier vorne hat es ja auch schon gereicht ja aber ich hoffe einfach mal dass es jetzt besser läuft ja feindliche Verstärkung die schießen und verfehlen die kommen ran ein bisschen aufpassen wenn falls wir uns von hinten angreifen unsere Feuerphase ja gut also vielleicht unter Umständen könnte man was treffen aber dann wenn wir schießen sind wir diesen Modus halt los und der ist eigentlich wichtig um an Häuser heranzukommen ein bisschen Zeit haben wir ja schon noch sonst würde ich eher sagen wir versuchen wieder da ranzugehen und dann mit Überzahl im Nahkampf zu siegen also dass wir hier jetzt nicht schießen wir können hier ein Feld ran robben die Mauer müsste auch ein bisschen Deckung sein in der Annäherungsphase dahin und sich dann langsam dem Haus annähern tickt runter aber Moment Zeit ist ja noch da wir haben Verstärkung erhalten so und du hast dich wieder gesammelt dann kannst du mal in das Haus da rennen und das einfach nur sichern auch grün also ja halt die beste Qualität wir haben hier einen Halbketten Fahrzeug Transporter du hast einmal hier einen vollen Trupp dann gibt es auch noch die sogenannten Halbtrupps die einfach nur halbvolle Trupps sind und das besondere an denen ist die haben einen Flammenwerfer dabei durch die Frage kann man mit dem kann man mit dem sich voll bewegen oder ist da irgendwo eine versteckte Pack die einen womöglich abschießt die man bisher noch nicht entdeckt hat und habt ihr irgendwie Panzerabwehrwaffen sieht jetzt nicht so aus deswegen gehe ich schon davon aus dass man mit dem fahren kann aber erstmal sehen also ihr sollt euch zu sehen hier anzunähern das heißt das Fahrzeug ist am besten auf der Straße oder setzen wir die Infanterie vom Fahrzeug aus ein die sich darum kümmern würde so oder so heißen dass ihr vielleicht hier rum geht und guckt ob ihr irgendwie mit denen da ob man dann in naja interagieren könnt läuft mal hier rauf da das eine andere Höhne ist müsstet ihr locker außer Sichtweite von allem sein so das Fahrzeug wir sagen ihr macht mal eure Klappe zu oder mit geöffneter Klappe kann man weiter fahren aber ich glaube man erleidet im Zweifel auch mehr Schaden die Frage ist wie gut ist die geschützt im Fahrzeug würde sagen sonst machen wir die Klappe lieber mal zu obwohl dann kommen wir nur bis hier man merkt schon deutlich weniger jetzt machen wir die wieder auf was sind aber glaube ich auch oder ne jetzt keine Bewegung gekostet oder sonst fahrt hier hin und wie man sieht nachdem wie man so fährt und noch Bewegungspunkte über hat kann man dann auch sagen in welche Richtung das Fahrzeug am Ende zeigen soll natürlich dann auch gerade wichtig wenn man naja also wer wo wie viel Panzerung hat das wird vom Spiel auch gemessen in verschiedenen Panzerungszonen und ist dann natürlich wichtig ich gehe mal davon aus dass in einem leichten Szenario keine großartige Panzerabwehr haben dann fahrt mal hier hin die sind mit 1% nicht das spannendste ich glaube die können jetzt auch nicht mehr aussteigen oder wenn ihr sonst nichts zu tun habt mich jetzt auch gewundert aber ja und die haben auch nicht auf den rauf geschossen ich nehme an weil die ganze Abwehr haben ja gut könnt ihr das Haus ich meine die haben Flammenwerfer der ist sicher gut im Nahkampf aber ihr würde ich sagen nähert euch auf jeden Fall dann auch mit an ihr fangt euch wahrscheinlich einen Schuss nein ob ihr hinter der Mauer seid wie gesagt ja ich kann auch noch nicht alle Regeln perfekt dann seid ihr da ihr da ihr bist da und du passt auf das Haus auf die sind in ihrer Schussphase aber wir sind in Deckung hinter einer kleinen Mauer fast schon so Annäherungsphase Fahrzeuge haben glaube ich keine Annäherungsphase und ihr gehen sich den ihr ne gut der stimmt hier geht ja für die der Berg hoch das heißt da schon mal hin könntet ihr da lang entweder die bekämpfen auf Dauer zu dem Haus aber da müsst ihr nicht hin also in die Richtung auf jeden Fall hier denn die anderen sehen ne auch nicht von hier und da können sie euch halt auch sehen muss man mal gucken wo das noch nach oben gehen im Haus ich ihre Schussphase hier die Mauer ist jetzt hinter uns war das doch so klug dahin zu gehen hätte man nicht vielleicht doch über den Schützengraben hier ich glaub zumindest das soll einer sein annähern sollen ja das wär wohl die bessere Idee gewesen so lernt man das Spiel so nach und nach bleibt man so komplett ohne Deckung neben dem Haus die Mauer ist ja da Schützengraben wär besser gewesen unsere Feuerphase wer von immer noch euch feuern kann versucht's mal hier hier hat niemand eine Reichweite gut man hätte über diesen Schützengraben vorrücken müssen und dann ins Haus rein und einen Häuserkampf initiieren das hätte sicherlich funktioniert so sie jetzt daneben zu stellen war auch nicht das wahre ja also das ähm das ist ein bisschen wieder vielleicht ein bisschen unnötig dass sie wieder zurückgeschlagen wurden und der eine Trupp ist noch da ihr könntet euch jetzt da rein schleichen aber theoretisch müssten ihr ja wohl hier aussteigen können oder gerät man unter Feuer wenn ihr aussteigt mal unter dem Aspekt wäre es nicht schlecht wenn ihr hier erstmal hinter der Mauer aussteigt mal ein bisschen Deckung zu haben und ihr dann noch angreifen warte jetzt ich will nicht ja ja gewisse Trefferwahrscheinlichkeit aber auch 17% dass dir äh der Flammenwerfer die Ladung ausgeht aber versuchen wir es mal getroffen aber die haben blöderweise ihre Proben bestanden wird von hier treffen ich glaube wenn wir von hier mit dem anderen Trupp jetzt hier vorrücken da rein dann hätten wir das gleiche Problem wie die anderen dass die hier halt keine Deckung haben während die da zumindest eine Mauer haben dann schießt halt und versucht euer Glück ihr kriegt ins Haus rein und versucht im nächsten Nahkampf zu initiieren vielleicht hat er Flammenwerfer ja bisschen mehr Glück nächstes Mal die sind noch dabei wegzulaufen und ihr euch hier weiter annähern das mal naja ein bisschen Zeit haben wir ja noch dann und dann auch gleich in der Annäherungsphase ein bisschen mehr so du gehst schon mal dahin die Frage wenn du jetzt den Nahkampf initiierst wirst du den wahrscheinlich verlieren oder du versuchst einfach zu schießen und wir hoffen dass der Flammenwerfer da auf Dauer schon genügend Schaden machen wird und sich hier anzunähern das wird wahrscheinlich ganz schön schief gehen ich baue jetzt auf den Flammenwerfer und hoffe dass die dabei irgendwann wieder einsatzfähig sind und ihr sowieso entdeckt ist hier dann könnt ihr auch schießen MG Reload das ist auch sehr schön hier steht ja eine kleine Prozentzahl drin bei Waffen heißt das wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit dass die nochmal schießen dürfen in einem Zug da bin ich in Reichweite dann naja nicht getroffen aber gut dass die auch direkt aber von denen getroffen wurden im Wald so vorrückend naja und hier oh MG Reload ach immerhin du hast auch mal hier bisschen Glück gehabt und die haben sich ergeben denn die wollten weglaufen hatten aber keinen Fluchtweg Feld mehr wo jetzt halt wo kein Gegner mehr an ihnen dran gestanden hätte also wir haben den einzigen Fluchtweg zugestellt und deswegen haben sie aufgegeben in kurz gesagt weil wir auch mal einen schönen glücklichen Treff hatten weil ich so ein bisschen den Eindruck habe wenn ich so sehe was hier wegläuft vor eigentlich gar nicht so vielen Feinden alle die das Spiel wahrscheinlich besser können wird wahrscheinlich schlecht bei dem was ich hier zum Teil veranstalte aber es wird schon irgendwie so hier könntet euch demnächst sammeln hier hoffentlich auch und wir müssen jetzt einfach nur noch das letzte Haus erreichen hier eigentlich irgendwie einsteigen das weiß ich gerade ehrlich gesagt überhaupt nicht ob das geht ah so geht das aber ich glaube das Fahrzeug kann dann nicht mehr fahren na gut aber das ist ja noch der einsatzfähige Trupp dann fährst du mit dem vor und ihr nähert euch hier drüben so die sehen bis in den Wald rein sonst nähert euch so an erstmal schön vorsichtig gegnerischen Feuerphase seid ihr dann noch außerhalb der Sichtweite Luftphase ich hoffe ihr sammelt euch dann gleich mal wieder Advancedphase ich hoffe doch bei Advanced dass ihr weiter kriecht oder da stellen die sich dann eigentlich hin so die stellen ach so steht euch hin okay ein paar unserer Leute haben sich wieder gesammelt bei den Gegnern würde ich alle im Haus drin müssen wir mal sehen wie das läuft schießen raus aber ihr schafft eure Proben das ist gut wir dürfen zurückschießen und haben einen wunderbaren Volltreffer Gegner in Panik okay aber wir haben gegnerische Zug ja nur diese Feierphase und können uns nicht bewegen die laufen alle davon und ich glaube wir können hier einfach rein gehen und hier noch weiter in die Flucht schießen wird es auch wirklich schon einige Gegner vernichten aber ich denke mal damit ist die Sache eigentlich nicht ich glaube nicht dass sie das auch zurückerobern können sehr schön sehr schön damit nach Neuzügen und 131 Punkten gewonnen ja selbst nach Wochen von Kämpfen waren die Fallschirmjäger nach Aussage eines amerikanischen Offizier die besten Soldaten die ja jemals sah wenn die Funnys da reingegangen sind und eigentlich keine Zeit hatten Verteidigung vorzubereiten waren ihre Kämpfe ziemlich effektiv gegen die Amerikaner die einige ja die hier noch einiges erlernen konnten die Fallschirmjäger haben schweren Schaden gemacht bevor äh es notwendig wurde sie zurückzuziehen und die Amerikaner rechten sich später als die dritte Fallschirmjäger Division wahrscheinlich ähm Kessel von Valleys besiegt wurde ja auch das das erste Szenario mal äh ich mache auch noch einige Fehler ich habe auch noch nicht alle Regeln richtig drauf aber schon mal für die Idee und wie man sieht offen auf einen Gegner zuzugehen der äh tiefer Schanzen im Haus sitzt ist nicht die beste Idee man muss eben immer gucken wie kann man sich äh der Position annähern wie kann man sie erobern Feuerüberlegenheit am besten kriegen und es gibt ja noch viel mehr Einheiten das war jetzt vor allem eine Intro-Mission mehr oder minder auf leicht ich würde sagen wir spielen auf jeden Fall noch ein paar äh Szenarien ach Valleys hatten wir ja gerade angesprochen versuchen das vielleicht als nächstes und dann ja an dieser Stelle erstmal wieder vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge bis dann bis dann bis dann bis dann bis dann bis dann